hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hör mal wer daheim dort mit dabei ist heute mal die wir bauen heute ein vulkan ja kannst du ein vulkan bauen wie geht das kannst du mir helfen das ist doch hier minecraft battle rote wolle okay ich baue es aus wolle erst mal ein viereck bauen aber man braucht ja auch partikel ja du fängst mit den partikeln an genau ich habe den platz kleiner hacker ich dachte welchen block benutzen zuerst verrätst du das block of coal kohle weil es mir gerade auffällt und vulkan ist ja nicht rot von außen der ist ja gar nicht rot ich brauche schwarze wolle of hell ich habe es nur die lava gedacht aber war das dumm so ich habe es ja was was machen wir ist das schlecht es fängt schon mal gut an heute hier ja auf jeden fall wird das kacke zweite schicht aus schwarzer wolle und dann kommt darüber eine neue schicht aus cobble stone also jetzt jetzt wird es gut kommt hier erstmal in rein so dann ziehen wir das einfach gerade nach oben und dann jetzt mal ein bisschen lava da noch hin dann wird das glaube ich schon ganz geil aussehen so in meinen vorstellungen du hast noch gar keinen so wichtig kenne auch habe ich schon nein ich glaube du wirst explodieren gleich das wissen wir beide du wirst explodieren du dein vulkan aus schwarzer wolle baust dann wissen wir auch schon wer wer wohl als erstes direkt explodiert der server denkt sich dann weißt du was das aus schwarzer wolle baut wäre es ja mal so dermaßen schlecht das bestellen wir gar nicht mehr zur auswahl ja das ist das bringen wir sofort zum explodieren ja 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 laber du mal wenn wir nachher sehen wer die meisten punkte bekommt als höchstwahrscheinlich so das ist ein schöner kasten der ist leider nicht hoch genug sieht halt echt scheiße aus oh nein monster egg nee das ist falsch okay wie können wir das noch retten jetzt jetzt fängt sogar schon mit dem retten an also habe ich retten gesagt ich meine natürlich verschönern ach so ja jetzt jetzt rettest du dich aus dem satz mein lieber nix da eine minute noch auf 60 sekunden nein da wo ich die lava gar nicht hin haben okay ist egal das nimmt hier glaube ich keiner so eng das wird wegs aber das war es es geht hier um die lava und da habe ich sehr viel von jetzt ich glaube man sieht gar nicht mal nachher wo es raus kommt oh ich brauche partikel ja wo sind überhaupt beim diamanten rauch das kacke ist smooth ich bin ja fertig oh der russ partikel 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 ist der scheiß diamant da ist so wie war jetzt hier noch so stein hinsetzen yes wenn das kein geiler vulkan ist dann weiß ich auch nicht okay meins wird explodieren prämium vollkommen klar okay was haben wir hier nice aber das finde ich gar nicht guck mal hier auf dem boden sind immer die steine drauf jetzt amazing 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 oder gut haha nicht explodiert yes hey der hat meine idee geklaut was ist das denn was ist schon ein bisschen besser meister bleeding nein eigentlich nicht es bekomme okay bist du das jetzt komm schon nein leid ich muss dir ein meister bleeding geben aber nur weil du es bist was ist das hier alles okay er hat verschiedene blöcke benutzt gar nicht so schlecht es bekommt ein gut und du bist es nicht gut es bekommt ein okay von außen scheiße von innen naja von innen ist gut okay was sind wir hier schwarzer klumpen mit lava drüber also meins wird bestimmt ein meister bleeding bekommen und sofort explodieren sicher ist das dein aber das sieht auch ein bisschen komisch aus das ist ein schwein okay das bekommen ich finde es gar nicht so es bekommt ein meh es bekommt ein meh die partikel hätten irgendwie besser sein können das da oben was ist das denn oh okay da fehlt dir lava naja stimmt irgendwie ne ist hier auf dem boden ja okay er hat sich Mühe gegeben also er hat sich Mühe gegeben genau es bekommt ein gut aber aber ja steuereintritt auch dieser nahm wieder sehr gut okay wow ne 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 ich glaube auch das irgendwie naja explodiert nicht das erste was explodiert das ist einfach nur noch im boden mit lava bist du das? nein nein meister bleeding komm schon yes 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 verdient ja das explodiert verdient oh was ist das hier es wird explodiert oh nein warum nicht hat dir meister bleeding gegeben ja penner alter voll verdient würde ich sagen ist okay das ist okay mit dem bäumen hier mit der lava auf dem bäumen lass die bäume nicht verbrennen so jetzt kommt das ergebnis und nein was ist das? warum warum nein nein das darf nicht wahr sein wieso bist du denn vor mir du machst du 4 in 8 ich hab dem meister bleeding gegeben ja ich hab dich sogar noch anständig bewertet mit was denn der mittel zu stehen glaube ich ach als ob du hackst doch einfach du hackst doch einfach du hackst doch einfach schlecht alter schlecht bist du oh mein gott so noch eine runde nein das war es mit der special folge von hör mal wer da hämmert wenn du das nächste mal mit dabei sein möchtest schreib doch gerne einen kommentar unter dieses video und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein tschööö seh 8 3 2 4 6 6 8